hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video und heute das war ja ein ganz spezielles video und zwar hat es heute eine kleine jahresrückblick von meinem ja die von diesem kanal hier und der von mir vorgeschlagen ich habe einfach mal von diesen wir können auch machen kann und ich fand die idee ganz cool und das mache ich jetzt mal in diesem video gut wir starten hier unten bei wo ist die straße im simulator und wenn ich ja los ab 2017 wo ich hier regelmäßig videos machen wollte vorher kann man kaum film ist die videos am diesem tag diesen tag dieses 2017 haben wir gedacht ich mache jetzt die video und die kamen nach dem was und seitdem ich immer videos am mittwoch und samstag und das war das erste video davon und zwar ja er muss die straße und das verfolgt am vierten januar um 16 30 damals noch und wir kommen wir uns am samstag um 18 uhr und mittags 16 30 und ich bin aber jetzt erinnert auf 18 uhr weil ich auf jeden fall 16 30 ich noch und ja für januar also es ist zum zeitpunkt der aufnahme hier ein jahr und dann kann man hier somit so motor in dreams dann sind wir nur dann das erste samtags video wenn wir haben das mann tor dann schaltet hier 17 story modus vor einem jahr aufgenommen für mich so klar und dann hatte ich mache euch auf jeden fall gehört dass der fernmuss macht so viel gehabt oder für 17 oder ismode dreams oder clever potter pick up der seite browser games natürlich habe ich so richtig von oder sticky keine ahnung jungs spiel wenn man das wird die spiele so im januar aber ich habe mir die motiviert und weil ich mich hier mal vor produziert und gerade in den fähigen wie so viel gemacht hier mal gucken 6 januar ich glaube noch viel gehabt aber ja noch schon bis zum ersten vier wochen vor produziert so richtig nicht schlecht aber wir sind auf jeden Fall gehabt hier und ja seit auf alles also ziemlich viel produziert zum beispiel hier auch hier für mich zum motor im 11 februar hochgeladen und dann gehe ich auch los jetzt mit der simulationskarriere mit united hatte auch mir erst bock gehabt aber dann nicht mehr und kurze frage an euch das ist einfach so das kanalkonzept das ist jetzt 2 wurde dann zu liegen und hatte aber wir wissen wie er das so finden hat ob er das weiter machen sollen und ja wenn ich halt im browser games oder so halten dann haltet ihr ja auch die wir seit einem 3 let's play da starten wir so andere projekte und am 5 april und ja 3 also so groß ist das nicht also so sieht das wie du nicht dann noch mal hier und 3 aufgenommen gehabt dann ging dort veränderungen ich weiß gar nicht mal warum das so war achten das geht darum dass ich die videos jetzt auch montagsbringer die pokal oder so oder auch oder auch immer mit woche kam und samstag und ja muss noch mal los mit die übers live dann verbaut hat auch wieder so ein browser game jetzt schon ich bin schon im mai hier ja noch mal ziemlich viele videos aufgenommen gehabt und ja noch mal hier 4 oder 3 und dann geht auch los jetzt vielleicht auch ihr seid gefragt weiß ich will nicht mehr was das war ja noch mal los jetzt erstens 4 dieses vlogprojekt soll zwei folgen hat aufgenommen und jetzt mal jetzt öffentlich weiß man schon echt ein monat vor politik ab heute geht ganz cool das aktueller hier in nächster meinte und dann am 7 juni als erste woche ist nicht nur ein paar tage hier das war auch ein cooles video und ich würde meinen lehrer jetzt ist es ja ja jetzt habe ich viele brotter gehen und so gemacht und auch nicht schlecht dann ist ja auch los hier mit das andreas da habe ich auch drei folgen durchgemacht und ja wie gut kann ich auch bräuchten bräuchten braucht ziemlich coole zeit damals auch so im juni ja auch schon ziemlich cool und google wir auch schon mal auf das war so ein hallo auch immer hochgeladen glaube ich bei ins video das war auch lustig die zwei videos ein bisschen gepennt hier oder jo zwei videos an einem tag jetzt wird julie in wasser uhr bei hause blöd war gut da habe ich jetzt zwei mal ja noch eine agio gemacht ich habe mich beschrieben ich habe mich selbst mit erschießen ich will so langsam wird auch er wird mir näher dann ja noch mal und daraus gewusst und dann ist er hier los mit und muss dann das ordentlich gute zeit irgendwie jeden tag mal so eine episode durchgespielt sagen dass auch glatten aufgenommen ist aber ein tag mo plan und das muss ich auch noch eine coole zeit jetzt manchmal für den maus genommen habe das display zeigte mich ziemlich cool und kann man jeden tag also jede woche nur liga ist da war das play da hätte ich vielleicht noch was anderes einschieben soll ich dann später auch gemacht sei euch gleich ich bin was gemeint ist auf jeden fall kann ich nur dieses projekt und er war vielleicht ein absicht hinter da habe ich das wie ich dann ich hatte am ende bis zum 16 der zimmer vor produziert gab deswegen muss ich ja bis zum 16 der zimmer hier aufnehmen und das hatte ich ganz cool für mich halt und ja 13 august alt ist ja los wird den 14 august auf die nächste episode episode 2 dann hier 15 august neule kam es für drei schon da körper aus heute 1 ja das ist nicht so lang ist ja ich los hier auf 2 und durchgespielt am einen tag hier ich habe ich so viel noch gehabt also zwei bis zum einen tag wenn ich leicht auf jeden fall noch mal hier episode fünf schon selbst in august und ich würde sich wie oft genommen sind sie doch groß hochgeladen okay ich glaube ich und das ist noch größer vom sessions kann okay ja auch wenn ihr schlecht ziemlich gute zeit und ich sehe da schon hier 16 december letzter folge jetzt 36 und wir sind jetzt mal produziert und das war für mich nicht schlecht weil ja wie gesagt ich wollte nicht mehr aufnehmen ich hatte richtig schön die das war wir keine sorgen zu machen aber es ging ja dann anfang oktober los mit soms 200 bei jenemlich sims 2 ziemlich gesucht und habe einfach gedacht ich habe die alten folgen 2016 aber hoch als zusätzlich das video ja immer am montag entweder kam oder am freitag also sind wir auch vermitteln und ja kann man mal so ein paar tage so november und wir sind aufgehört weil dann auch jetzt gesucht wird das war das problem und ja sagen wir mal anfangen hier ein bisschen anders hier zu spielen so also ich habe gestern und vorgestern zeitpunkt auch von mir hier kompletten ja nur ich wollte das gespielt und vielleicht um das ja wieder und ich weiß jetzt noch nicht um folgen auf und ich weiß es nicht aber ja auch irgendwann hat ja wieso andere projekte nämlich geht hier los wird gleich royal sollte 1 120 zimmer auf dem 2. dezember hochgeladen hat nochmal christuell und ja das sind die breche die mentor jetzt laufen und ich habe nicht hoch aber mit dem scroller hier nach videos die noch gar nicht hochgeladen habe ich wahrscheinlich also ich habe meinen auf jeden fall ich wollte es auch schon das letzte video ohne ich noch zähler close and trouble ist auch mal so ein video und ja keine special und es müsste zu sein und ist auch noch eine folge die erste folge kursuell aber das heißt wir endgültig als letzte video weil danach ja kommen die heute die wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht sind nämlich natürlich logischerweise noch nicht sein und ja gut damit sagen wer ist das gewesen und wir sind dann ja so blick wir sind mehr durch ich denke so ein ganz gutes jahr und mir gefällt das ziemlich gut mit dem upload plan hier und ich freue mich jetzt das ja also es freut mich dass die videos jetzt mal hier jetzt kann ich mache richtig schön regelmäßig kommen seitdem wir es hier so mache mit dem mittwoch und samstag und denken es nicht schlecht und aufwechslung auf den kanal hier von minecraft weil ich wie ich meine freie zone und ja gut haben wir mich sagen was es gewesen und ich ein jahr aus glück einfach war eine ziemlich gute zeit hatte ich hier so im januar oder so durch nicht ja auch was erstens mal gehabt habe ich in ferien damals noch oder sind wir zu mir angefangen hat so mit dem kanal und da war ich ein bisschen gehypt und dann auch im juni wo ich dann zum bräuse kennt uns hochgeladen aber das war eine ziemlich gute zeit und im august anhalb mit dem sammelsfall auch ziemlich cool wo ich jetzt wie in drei tagen oder vier tagen glaube ich zwei tage ausfallen lassen also wenn man auch jeder sie geht und in einem zudem aufnehmen da sechster nach und 287 bei zwei tage keine aufgabe das ist vier tage habe ich mal drücken bin habe ich hervor produziert das war auch ziemlich cool und letztlich etwas ein bisschen mehr wieder gehypt ich muss sagen so mein was ich nicht so cool keine ahnung ihnen das nicht so gefallen somit dort haben wir ihn wieder sind wir so viel bock gehabt gemacht aber jetzt geht natürlich weiter los mit dem da schon mit kurs 2 oder mit den anderen videos die in den laufenden nächsten tagen kommen werden ich habe morgen wo er das video video sieht kommt schon das neue projekt und danach den mittwoch glaube ich auch schon neue projekt also noch mal zwei neue projekte die ich geplant habe die schnuckuladen sind deswegen denke ich auch gerade ein bisschen hier haben dass ich sehe wenn wir da können wir auch schon auf morgen freuen und wieder nicht ganz cool und ich will sagen hier ist das gewesen also gefallen da lasst eine pulsierung da habe ich nicht vergessen